Die von der Bahnhofsmission meinen Toten schon mal gesehen zu haben. Wissen sie aber nicht genau. Wer soll nach dem Lothar fragen? Der kennt sie wohl alle. Lothar. Lothar. Dann gehen wir doch mal hin. Moment. Habt ihr ihn? Sie wissen, wer das ist? Weiß ich nicht. Das weiß er selber nicht. Das weiß er selbst nicht. Das ist ein Ding, oder? Wer weiß schon, wer er ist. Wer seid ihr denn? Wir sind von der Polizei. Ah, Polizei, ja. Popo-Polizei, ja? Genau. Den haben die mitgenommen. Hab ich ganz genau gesehen. Und wann? Gestern. Nee, letzte Woche. Nee, dazwischen haben die den abgeholt. Freitag. Freitag, das Wochenende stand nämlich vor der Tür. Freitag, das war der dritte. Passt. Was haben Sie genau gesehen? Es ist schön kalt hier, ne? Echt kalt. Ihr habt das gut. Warmen Kaffee, gibt's auf der Beamtenstube. Wir gibt's da. Dann kommen wir mit. Kaffee? Kaffee, der war bleibt hier. Was ist das für eine Römerung? Oder zwei?